Ich habe eine Folge OP-Sucht und jetzt weiter geht's. Moment. Ich habe vorhin einen Baum abgebaut, weil ich weiß, jetzt bin ich schon runtergekommen. Natürlich nicht, habe ich aufgesammelt. Natürlich auch nicht. Aber nicht schlimm. Ich habe drauf ausgeplundert. Etwas. Ich nehme noch die Weizen mit Blöcke. Und ich nehme noch die Küche mit. Ein, zwei. Bitte mitnehmen. Leder. Ein, zwei. Ein, zwei, drei, vier. Ja. Ja. Sehr gut. wenn ich gleich jeder 2 aufgelevelt habe, dann gehen wir auch weiter einmal zweimal so, ich bin normal so, ich bin normal boom Du bist auch schon down und gehen wir weiter, noch ein Tee habe ich übersehen. So. Ich brauche auch ziemlich viel Leder, wenn ich so weh. Und so. Ich wollte mich hoch bauen, aber die Zombies lachen Nein. Ich brauche auch noch alles für mein Haus. Ach, das ist voll sicher, Vater Zombie. Einmal, zwei Mal. Die ganze Zombie-Armee sofort. Also, es war in mir aktuell nichts. Und jetzt weiter geht's auf eine Fichte-Bio. Volle für Teppiche. Einmal, zwei Mal. So. Slide. Ich nehme mich auch gern mit. Ein, zwei Mal. Lava. Wasser. Wasser. Kürbisse. Schweinen. Eisenfarm. Falsch. Baue ich mal. Jeder war mal eine Eisenfarm. Kürbisse. Ein Dorf. Ich muss nur Spawnflächen verkleinern. Gut. Ein Olden, zwei Mal. Nehmen. aber meine tiere meine tiere ich hab ein paar fücheln auf mein gs habe ich immerhin noch etwas fücheln die wuste und habe ich ein boot dabei natürlich habe ich ein boot dabei glaube ich man im mittel ist auf relativ schon gut voll dann gehen wir mal auf dem suche den tempel habe ich auch noch nicht gefunden viert tag ok meine private map kann man auch wieder mal weiter spielen so ein bisschen in der tage getötet ist in der tage umgebracht oder noch weiter noch was ist ich nur so habe ich mal ein schiff mal gefunden habe ich aber vielleicht weiter hier draußen sieht nicht so aus keine wassergeräusche noch ein dorf ist in der tage auf suche finde ich welche teppich das habe ich auch noch nicht drei tage fücheln auf super lohnt sich echt nicht ich nehme die weizen blöcke sofort mit und essenskiste ich nehme die weizen ich nehme die weizen ein einmal zweimal einmal zweimal zweimal heißen kohlen wollen dann setze ich wieder mein mein, ich hab keine Baublöcke noch oben vier Blöcke der drei Blöcke geht auch noch dann heißen kohlen kommt immer wieder vier eisen im Sommer möchte ich jetzt wieder neun eisen 1, 2, 3 Kirsche das nehme ich auch noch mit das ist schon ein Portal für ein Portal gut und noch eine Kiste nehme ich sehr gerne mit da war ein Obsidian Goldblock merkt man im Farm Pad Funk ich fass keiner ich baue den Block ab ich setze den hier hin dann baue ich den hier ab dann setze ich den hier nehme ich dann das mit ob sie ja nehme ich auch ebenfalls mit leider nicht geklappt habe ich hier will ich eine Erde ich nehme einfach dann ja einmal und zweimal ich habe hier Lava heißt ich habe hier ich habe hier ein Lava, ich baue auch noch ein Wasser, hier, einmal, zweimal, ein Lava, ich baue auch noch ein Lava, ich baue, ich baue auch noch ein Lava, auch, hab ich hier auch kein Wasser, leider nicht, hab ich Eisen, Eisen habe ich habe mein eisen heißt dann wo ich ein eimer oder teileimer dann brauche ich später noch sehr viel und zwei wassereimer nehme ich mit würde das einen obsidian geben das wasser und dann abbaum abbaum habe ich ja Feuerzoll, nein Feuerzoll habe ich die 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 ich brauche noch ach egal ich wollte eigentlich nur heute versuchen ich habe einen Goldblock Opa sehen. Opa, Lava, vier, und zwei. ich hab hier auch die Lava-Säge gebraucht Kuckuck Schnell Haus gehen Dann wieder heinkommen, dann hab ich Bahnschutz Ein paar Minuten Eine Minute, glaub ich Sippel 2 Farbenfahrt 5 Kuckuck Zombie Komm mal mit Zombie 3 3 Herzen hab ich 3, ok 3 Guck mal, hab ich wieder Bahnschutz Oh Falte ich schwebe Nicht schlimm Ich hab keine umgesetzt Gar nicht wieder schlimm Ich hab so mein Item verloren Lava 2 bis 2 Ich kann mein Item setten Ich hol mal Ich mein, ich seh mein Läher Läschb 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 Kaffbock Alles rein Schmeißen Dass nur geht einmal wasser einmal mit dann lösche ich die Farbe auf fünf um Vielen Dank. Vielen Dank.